Und das zeigt jetzt eigentlich so die heutige Faser-Generation aus, die so durch die ganzen Formel-Klassen sich nach oben gearbeitet hat, vom Kart in die Formel BMW, dann über die Formel 3, GP2 und dann schließlich in die Formel 1. Und dann stellen wir mal 20 andere Autos noch vor.